Guten Morgen, ein weiterer Tag hier in Quarantäne, würde ich mal sagen, machen wir uns mal fertig für den Tag. So, erstmal wieder ein frisches Bad, wir müssen uns ja jetzt hier überall regelmäßig waschen und Hände waschen und alles mögliche, so, so, so. Ah, das sollte reichen. Ich war letztes Mal auch einkaufen, ich habe wieder genug Toilettenpapier mir gekauft, jetzt kann ich hier wieder die Toilette benutzen, bis zum geht nicht mehr. Ha! So, aber bevor wir das Haus verlassen, ist erstmal ganz wichtig, dass wir uns natürlich auch schützen und dafür habe ich mir extra Sachen gekauft. So, dann wollen wir uns mal umziehen, mal so ein kleines Umstyling. Ta-da-da-da! So, in meinem Sicherheitsanzug kann ich dann auch mal das Haus verlassen, aber erstmal wollen wir was frühstücken. Ich würde mal sagen, ohne ein kräftiges Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus raus. Wie gesagt, ich habe richtig eingekauft, richtig Hamsterkäufe gemacht, hier ist schon ein paar Burger, ne, für mich so. Oder hier noch ein paar Donuts, ein paar Suppen habe ich mir noch geholt, aber ich glaube, so ein Burger, der reicht erstmal für den Tag. Mh, 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 so. Und wenn wir gesättigt sind, würde ich sagen, gehen wir mal raus. So, dann wollen wir mal uns auf den Weg machen, Bus und Bahn funktioniert ja nicht, zum Glück haben wir ja ein Auto. Ich habe mir letztes Mal auch noch hier so einen schönen Ferrari gekauft. Ja, dann würde ich sagen, damit fahren wir mal ein bisschen durch die Stadt. Wie gesagt, ich kann ja mal unterwegs. Hier können wir ganz entspannt hier uns ein bisschen alles mal anschauen. Ah, können wir ruhig hier mal den nächsten Gang einlegen. Ah, der Motorsound, der ist doch herrlich. So, wir können auch hier einfach querfährt einfahren. Wir brauchen nicht nach links, gucken nicht nach rechts. Ach, Ampel, auch wenn rot ist, ist ja auch egal. Wir können fahren, ist ja keiner mehr da. Wenn ich mich hier so umsehe, ist ja niemand mehr hier zu sehen. Die haben ja alle Angst, die blöden ja lieber alle zu Hause. So, dann wollen wir mal. Ich denke, heute, weil ja nichts los ist, können wir uns natürlich auch schön vorne hinstellen. Parkplatz ist ja immer frei. So, Auto natürlich noch abschließen. Und dann können wir uns jetzt hier einfach mal aufmachen. Ich gehe einfach mal gerne mit euch hier in die Einkaufsmeile. Da ja keiner da ist, gibt es hier auch natürlich keine Schlangen. Nachteil ist auch, mich bedient hier keiner. Ja, wird ja so uninteressant dann hierher zu gehen. Naja, wir können aber auch ein bisschen einkaufen gehen. Ich sage mal, ist ja keiner da, brauchen ja auch nicht bezahlen. Ist einfach mal Freestyle hier einkaufen. Guck mal, hier ein paar neue Adidas Schuhe. Die nehmen wir uns mal mit. Ich wäre ja eigentlich so einer, der geht ja gerne zur Kasse. Aber hier ist ja keiner. Kann mir ja keiner mein Geld abnehmen. Von daher behalten wir das einfach mal. Wir ziehen uns die Schuhe an. Ist halt umsonst heute. So, dann wollen wir mal noch ein bisschen weiter gehen hier. Was haben wir hier noch so für Läden? Was können wir heute noch gebrauchen? Ein Kaffee. Na, bringt ja auch wieder nichts. Ist ja keiner da. Ah, warum müssen die dann alle zu Hause sein? Ich verstehe das nicht. Hm. Naja, wir haben da noch vielleicht hier einen Lebensmittelladen. Da können wir noch ruhig reingehen. Ich denke mal, zu Hause mein Kühlschrank ist zwar voll. Aber wir wissen ja nicht, wie lange das anhält. Und bevor jetzt der Nächste auf die Idee kommt, sich was zu holen, sammle ich hier einfach mal alles ein. Könnte man ja gebrauchen. Also, wer weiß. Wenn das Regal leer ist, dann haben ja die anderen vielleicht so das Gefühl, ein bisschen langsamer zu essen. Aber ich denke mal, ich nehme mir alles mit. Sieht doch gleich viel besser aus, wenn die Regale leer sind. Kann man die auch später wieder voll machen. Aber guck mal, dahinter im Tresen ist auch noch ein bisschen was. Wenn wir denn hier alles haben, würde ich sagen, reicht mir wieder für heute. Ich glaube, ich ziehe mir die Schuhe nochmal aus. Ne, die sind ja brandneu. Die will ich ja nicht gleich benutzen, meine Sneaker. Die tippe ich mir vor Hause auf. Ne, ich sag mal, hier draußen könnte die ja auch noch kontinuiert werden. Ich glaube, ich gehe mal einen Umweg. So, wir gehen natürlich jetzt mal wieder schön zu unserem Auto. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach bei nach Hause. Reicht mal erst mal. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen kleinen Einblick geben, wie das alles jetzt hier aussieht. Ich glaube, ich drehe hier noch eine Runde mit meinem Wagen. Ich glaube, Spritpreise sind sowieso jetzt eigentlich egal. An der Tankstelle ist ja keiner, der mich aufhalten kann. Von daher jetzt drehe ich noch eine Runde. Ich bedanke mich für immer viel zu sehen. Wir hören uns oder sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und dann haut sie rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.